Herzlich Willkommen zu einem weiteren Poliradar-Gewinnspiel. Dieses widmet sich primär an die Heroes of the Storm Spieler, denn es würde jeweils einen von zwei Helden samt passendem Skin-Paket zu gewinnen geben. Den ersten Helden, den ihr bei uns abstauben könnt, stellt Seratul dar, samt Ronan Seratul Skin. Den zweiten Helden wird niemand geringeres sein als Stitches, samt seinem einmalig erscheinenden Bikini Stitches Skin-Paket. Wem das noch nicht reichen sollte, der kann natürlich bei unserem parallel laufenden Gewinnspiel auch noch mitmachen und tolle Preise absahnen. Unter anderem wird es dort einen Playstation 4 Key für Metal Gear Solid V Definitive Edition geben. Für weitere Informationen müsst ihr einfach auf die Verlinkung klicken und an dem weiteren Gewinnspiel teilnehmen. Das gesamte Team von Poliradar.de wünscht euch an der Stelle weiterhin frohe Ostertage und viel Glück bei den beiden Gewinnspielen.